Helene Fischer, sie trennt sich von ihrem alten Leben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, schrieb einst schon der Dichter Hermann Hesse 85. Für Helene Fischer, 37, scheint das auch zu gelten. Die Sängerin trennt sich von ihrem alten Leben und sorgt gleichzeitig mit ihren Plänen für Ärger, Sorgen und Verwirrung. Ich freue mich wahnsinnig, dass es endlich die erste Single geben wird. Ich habe mir einen Duett-Partner ausgesucht, einen ganz, ganz dollen Gast, verrät Helene bei Instagram, wo nur Stunden zuvor alle Fotos und Erinnerungen gelöscht wurden. Die Hoffnung bei ihren Anhängern war groß, kommt es jetzt endlich zur Wiedervereinigung mit Ex-Freund Florian Silbereisen, 40? Die Fans wünschen sich nichts Sinnlicher. Am 6. doch weit gefehlt. Statt Flori gibt's nur von sie. August, einen Tag nach ihrem 37. Geburtstag, erscheint Helenes erste Single aus dem neuen Album mit Despacito-Sänger Luis Fonsi, 43. Schade, denn mit Florian Silbereisen in der DSDS-Jury hätte sie auch dort die Bühne ideal nutzen können, um ihr Comeback zu feiern. Recht ungewöhnlich für Helene, denn in Sachen Eigenvermarktung ist niemand so gut wie die Schlager-Queen. Eine Chance, die vertan ist. Das Löschen ihres alten Lebens und der Neustart bei Instagram hat nämlich nur einen Hintergrund, nachdem sie monatelang nichts von sich hören ließ. Da werden dann auch die Anhänger auf einmal wieder wichtig. Ein Schlag ins Gesicht. Will sie nun ihre neue CD bewerben? Denn so fühlt man sich als Helene für nun noch ausgenutzt. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Vielen Dank.